Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Axel Volker von Juternzenka. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal einmischen in die Diskussion über Hartz IV und ob es gerecht oder ungerecht ist, dass Arbeitslose, die vorher jahrzehntelang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, genau das gleiche Geld bekommen, wie diejenigen, die vorher nie eingezahlt haben und nur Leistungen bezogen haben. Aus meiner Sicht ein klares Ungerechtigkeitsproblem. Ich finde es nicht gerecht, wenn Menschen für ihre Versorgung viel Geld in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und genauso behandelt werden, wie diejenigen, die nie etwas eingezahlt haben. Das muss geändert werden. Ich bedanke mich für heute. The New Society Auf Wiederhören. Die Inhalte Ich bedanke mich für die Verhältnisse und Thanle Ich bedanke mich schön, frage ich eine nicht festige